so jack ein tee hätte ich gern ja sofort ja ja lass dir zeit so lange heiß ist ja die ganzen gläser und sind so dreck waschen sieht überhaupt ab die arbeit oder was ich sehe das nur da unten er ist staubig das das ist von vorgestern was ich getrunken habe ja du spült hat halt nicht was denn wunderbar bin zu hause so das macht dann habe ich denn jetzt genommen bei dollar 20 ja tatsächlich sehen sie kann ich anfangen ja dazu das nie hallo jemand zu hause ich muss meine waffe weg machen so sicher schließe dich und da muss ich wieder in die knass verdammte scheisse das bist du nicht wert aber wenn der mr wang von leckerem essen träumen haben sie nichts für ihn naja das geht der wirst du dich gar nicht einmal vielen dank auch was ist denn jetzt los Peace. Ey, meine Hunde. Scheiße. Ey. Clementine, siehst du was? Oh. Au. Gib mir mal den Hut zurück. Der hat ein gelatetes Ding auf mich. Also, die Gewehr. Springen Sie mal Janschen auf die Seite, sodass es ein Auge geht oder so. Ey. Du siehst ein bisschen verkloppt aus. Wer war das? Ey. Au. Mr. Roberts, was ist denn los? Lassen Sie doch mal die Claire in Ruhe. So. Hallo. Wenn Sie mit ihr eine Verabredung möchten, fragen Sie doch einfach ganz normal. Ich glaube, er traut sich einfach nicht zu fragen, ob wir kuscheln wollen. Dann schlägt er immer. Ja. Oder irgendwo. Weiß ich nicht. War es jetzt? Traut ihr nicht? Was hast du denn Leckeres gefunden? Oh, das ist so eine schöne... Oh. Was? Der Song, der ist so schön. Yo. Ist er. Genau, ein bisschen rutschen, ne? Du siehst. Wenn bleiben Sie. Ja, da diese Gorilla neben mir. Also der dunkle Gorilla. Jetzt kommt er wieder mit. Hallo. Ah. Ah. Jetzt rutsch ich mir noch von dir essen. Du kleine Chinese, du. Ich hätte da... Sie können den Roberts essen. Der schmeckt zwar nicht, aber... Vielleicht wenn man ihn gut kocht. Ah. E irgendwelche. Ach so. Genau, ja. Danke. Danke.